ja hallo und herzlich willkommen heute mal ein ganz anderes thema aber ein sehr wichtiges wie ich finde heute geht es darum was man alles benötigt um in sachsen anheit angeln zu dürfen also erstmal grundsätzlich unterscheidet sich natürlich sachsen anheit wieder von vielen anderen bundesländern hier gibt es zum beispiel keinen touristen angelschein ja also so wie in mecklenburg vorbommern zum beispiel wo man sich zeitlich begrenzt und touristen fischereischein holen kann das gibt es hier in dieser form nicht wer also in sachsen anheit angeln möchte benötigt einen gültigen fischereischein erstmal grundlegend eine einen fischerei erlaubnis scheinen den der im prinzip dazu berechtigt an dem jeweiligen gewässer zu angeln ja und dann sollte man schon noch irgendwo eine fangstatistik und so weiter mit sich führen damit man das entsprechend ausfüllen kann und irgendwie den betreuenden verein zukommen lassen kann genau es gibt jetzt unterschiedliche möglichkeiten also werden fischereischein hat hat erstmal gar kein problem ja wer den nicht hat und aus sachsen anheit kommt kann den natürlich machen da gibt es dann drei unterschiedliche varianten es gibt einen jugend fischereischein den kann man im prinzip machen bis zum 13 lebensjahr oder vollendeten 13 lebensjahr ab 14 kann man dann den normalen friedfisch schein machen beziehungsweise auch den großen fischereischein der jugend fischereischein und der friedfisch scheinen sind relativ einfach von der handhabung her und vom machen her den können wir auch als verein abnehmen das machen wir auch regelmäßig nämlich genau einmal im monat und das meistens anfang des monats der aufwand ist minimal sagen wir es mal so man kommt zum beispiel ist es bei uns so in die geschäftsstelle bis zum 15 eines monats kann sich dann für die entsprechende prüfung anmelden bekommt das lernmaterial mit nach hause und kann dann im folgemonat wie sagt am ersten freitag glaube ich ist es jeweils des monats dann die prüfung für unsere prüfungskommission abgeben geben ablegen wie auch immer ist alles kein hexenwerk die wenigsten fallen da tatsächlich durch wie gesagt es wird auch bestichproben artig abgefragt ob das wissen verinnerlicht wurde und schick ist kann im prinzip jeder ja auch die kosten sind sehr überschaubar alles gut wenn man diese prüfung dann abgelegt hat egal ob die jugend fischereischein prüfung oder die friedfisch fischereischein prüfung bekommt man eine entsprechende urkunde und kann mit dieser urkunde dann sein fischereischein beantragen in unserem fall wäre das in bernburg in ja es gibt den magdeburg aber genau die möglichkeiten und so weiter und so fort genau wer den großen fischereischein machen möchte hat in sachsen anhalt zwei möglichkeiten die eine variante ist ja per präsenzunterricht man muss also 30 stunden präsenzunterricht nachweisen können diese 30 stunden sind ja an mehreren tagen verteilt das heißt es ist nicht alles jetzt mit einmal geht ja auch gar nicht dann müsste man ja mehr als ein tag da rumsitzen nennen das gibt dann jeweils freitags und samstags ist glaube sind glaube ich die termine jeweils zum nachmittag schrägstrich abend hin beziehungsweise samstags ist es vormittags und dann macht man halt diesen präsenzunterricht und wenn man den absolviert hat kann man sich zur prüfung anmelden die andere variante ist online über phishing king nennen sich und phishing king bietet sozusagen so eine online lernplattform wo man den stoff den man sonst in 22 stunden sage ich mal gelernt hätte auch online lernen kann und auch über einen deutlich längeren zeitraum das ist im prinzip so aufgebaut dass dort viele einzelne videos sind die man sich entsprechend angucken muss und wenn man das video dann zu fertig angeschaut hat kann man entsprechend die fragen beantworten und sofern man sie dann korrekt beantwortet hat wird dieser teilabschnitt grün markiert und man kann dann zum nächsten thema übergehen also durchläuft man das das sind ordentlich themen das sind viele themen die abgehandelt werden müssen aber man kann sich halt die zeit wirklich frei einplanen und am ende hat man dann hoffentlich alles grün und kann sich für einen praxistag anmelden das ist also der unterschied man macht also erstmal die ganze theorie mit diesen ganzen videos und am ende muss man sich dann einen praxistag anmelden wo man glaube ich acht stunden dann absolvieren muss das wird auch an einem tag gemacht da lernt man dann wirklich die praktischen dinge wie sticht man also weitgericht oder wie tötet man weitgericht einen fisch das klang jetzt ein bisschen heftig und wie baut man eine rute auf und so weiter und so fort das lernt man alles an diesem praxistag wenn man denen auch absolviert hat gibt es auch da wieder entsprechende dokumente die dann belegen dass man das gemacht hat und kann sich dann wiederum auch bei der fische fischereischeinprüfung anmelden die fischereischeinprüfung selber findet bei uns jetzt zum beispiel in bernburg stadt und zwar nur zweimal im jahr einmal im frühjahr meistens märz april und einmal im herbst das ist dann oftmals oktober november sogar oder september oktober irgendwie so in dem dreh man kann sich dafür online anmelden und wichtig dazu wissen es sind maximal 100 leute in der regel vorgesehen die die prüfung an seinem tag ablegen können vormittags ist die theoretische prüfung und ab mittag frühen nachmittag gibt es dann noch mal wenn man das dann also bestanden hat die ja mündliche prüfung sagen wir es mal so das ist auch alles kein hexenwerk es gibt da hilfsmittel mit denen man das gut lernen kann wie sagt fishing king ist eine variante es gibt aber auch wenn man sich für den 30 stunden praxis oder oder präsenzunterricht entschieden hat würde ich zusätzlich aber auch einen online dienst verwenden würde ich bei gelegenheit mal noch unten verlinken muss ich erstmal gucken ob das jetzt mittlerweile geht und ansonsten bei google suchen das gibt wie gesagt diesen online fragen generator wo man die ganzen prüfungs fragen drin hat und da kann man die schön nutzen um sein wissen zu überprüfen ja gut wenn man das also hat man hat jetzt ein fischereischein entschuldigung ich habe immer noch husten man hätte es also sind fischereischein und möchte angeln jetzt braucht es irgendwo entweder fischerei erlaubnis scheinen da ist man vor dem gleichen problem wie die gastangler muss ich also tageskarten wochenkarten oder monatskarten wie auch immer kaufen oder man tritt einem verein bei das ist in der regel wenn man öfter angeln gehen möchte und davon gehen gehe ich jetzt mal aus dann sollte man sich einen verein suchen mit diesem verein bekommt man dann tatsächlich erst mal einen vereinsausweis logischerweise und eine angelerlaubnis für das laufende jahr da ist dann also diese fischerei abgabe was heißt fischerei abgabe diese marken sind dann mit drin fischerei abgabe bezahlt man ja schon beim fischereischein ja also dann hat man wie gesagt die möglichkeit das ganze jahr in den gewässern das zum beispiel lhv zu angeln ja in sachsen anhalt ja das ist das was man im prinzip braucht und ja mehr ist es eigentlich nicht also fischereischein fischerei erlaubnis schein fang statistik gewässerverzeichnis und ja gewässer ordnung in anführungszeichen ist es jeder verpflichtet sich zu informieren was darf und was darf man nicht an den entsprechenden gewässern das war's ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja könnt ihr gerne ein like da lassen und vielleicht sogar ein abo ich würde mich freuen oder wir würden uns freuen wenn ihr noch fragen habt stellt sie gerne unter dem video ich versuche alles zu beantworten sollte es zu viel werden mache ich auch gern noch mal ein video und ja ansonsten wünsche ich auch stramme schnüre petri und macht's gut euer matze